Hallo liebe Siegburger, wir sind hier bei der Reservistenkameradschaft Siegburg im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. Ihr Name? Mein Name ist Dirk Morfeld, ich bin der hauptamtliche Kreisorganisationsleiter. Und Ihre? Mein Name ist Hermann Josef Sülzen, ich bin der erste stellvertretende Vorsitzende der RK Siegburg. Super, die erste Frage, was macht ihr und wo sind eure Gebiete, wo ihr mal einsteigt? Ja, wir haben in Deutschland über 100.000 Mitglieder, betreuen alle Reservisten der Bundeswehr, haben dazu auch einen parlamentarischen Auftrag. Also, und ja, was machen wir? Die geplanten Projekte. Ja, das nächste Projekt ist das, dass wir den nächsten Monat nach Kiel fahren, zur Eröffnung der Kieler Woche, uns über maritime und Sicherheitsthemen informieren. Und ja, derartige Veranstaltungen machen wir dann bis zu drei, vier oder fünf im Jahr. Super. Wo kann man euch im Netz finden, wenn man von euch Informationen bekommt? Ja, www.reservistenverband.de. Dort ist eine Startseite und dann kann man also über den Button Regional findet man dann auch die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen. Ja, super. Habt ihr auch eine Facebook-Seite? Jawohl, RK Siegburg. RK Siegburg, allen gefällt mir, für die Herren. Und wenn ihr Interesse habt, natürlich immer wieder reinschauen, damit ihr auch, braucht ihr überhaupt Mitglieder? Ja, wie jeder Verein. Jeder, der einen Tag in der Bundeswehr gedient hat, ist bei uns herzlich willkommen. Habt ihr es gehört, wenn ihr wirklich Interesse habt? Wir brauchen richtige Männer und wir erwarten euch. Bis dann. Tschüss, euer Hakan. Dankeschön. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal.